Das war aber ziemlich... ziemlich krass. Damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles Shiner. Ja, wir drücken auch direkt auf Spielfortzetzen und machen weiter. Ja, jetzt sind wir hier schon, ne? Drei Templar-Informanten töten. Was können wir hier machen? Okay. Alles klar. So. Okay, wollen wir mal schauen. Die Tür hat zu schleichen. Können wir mich ja da oben nicht sehen. Okay. 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 So, ein bisschen hier unentdeckt bleiben. So, perfekt. Das läuft doch hier. Ich bin auch sehr mit Schatten geblieben, sehr gut. So, jetzt fangen wir uns da her. Ach, da läuft doch hier. Ja, perfekt. Ich muss wahrscheinlich abwarten, bis der oben ist. So, wir sollen hier keinen normalen Soldaten mehr töten. Da ist ja, glaube ich, eher ein Kodex hier bei den Templern. Äh, bei den Assassinen. Hä, hä, hä. Drifter. Ja. Ich werde dich sehen, aber ich werde dich sehen. Ich werde dich sehen, wenn ich jetzt auf mich gehe. Ich werde dich sehen, wenn ich jetzt auf mich gehe. Ich werde dich sehen, wenn ich jetzt auf mich gehe. Der eine muss und ich nicht sehen. Nein, der... Ah, okay. Ja, hallo, ich... kann mir keiner sagen, dass... äh, dass man dann nicht sieht. Kann mir doch keiner sagen, dass man dann nicht sieht. Ich hänge jetzt sicher an der Wand hinher. Ja, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Ich hoffe, dass ich immer wieder so bin. Ja, das ist nicht so. Ja. Das ist nicht so. Ich habe es ja gesagt, warum ich meine Sicherheit. Ja, ich habe es ja gesagt, weil ich mit deinen Viewer ziehe aufhöre. Wenn ich keinen Leiter bin, habe ich mich gefühlt. Wenn du sie mit deinen Weg in deinen Weg tun will, Ich hoffe, dass ich mich schon besser anspricht. Ich hoffe, dass ich mich schraubige, dass ich mich gerne ein bisschen stöpuliere. Oh ja, das ist nicht so. Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht, denke ich mal. Er wird wahrscheinlich ihn sehen können, denke ich mal. Nein, ich hätte wahrscheinlich einen Händen müssen, oder? Ich denke mal, ich hätte einen Händen müssen. Und dann müssen Sie mit webcamter Stärke bleiben und dann müssen Sie mit dem Gefahr wiederholen. Hhh. Das war aber. Ziemlich krass. Diese Stärke ist wirklich eine Stärke. Wie ist es? Diese Stärke bleiben. Aber Sie müssen mit dem Gefahr wiederholen. Ich werde dich verbringen. Und zwar nicht auf mich. Sooo... Das ist aber echt heftig hier. Das ist heftig! Silber, ja, ja, ja... Weh, 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 das ist einfach, was ich da verstehe. Gott ist... Okay. Ist erstmal hier hoch. Nicht gerade hoch. I need to get his attention elsewhere. Sooo... Aber es ist cool. Es ist mehr Stealth als das normale Assassin's Creed. Da muss man ja wirklich mal sagen. Weil, ähm, den normalen Assassin's Creed ist ja nicht so viel Stealth. Also diese Wachen sind echt blind. Was habt ihr denn da für Leute anlaschiert? Sooo... Ich glaub, dich muss ich eliminieren. Vielleicht auch ein netter, dass ich an ihm beigekommen wäre, ohne. So, mal gucken, ob ich jetzt hier hoch muss. Ich denke mal nett. Aber dann bin ich vielleicht von hier unten. Ich denke mal ein rechter Hochkanon. Ah, ich denke mal ein rechter Hochkanon. Jo! Hm, Adler. Perfekt! Ja! Ja, ja, ja! Der Hafen. Also ich bin auf jeden Fall schon mal auf die Boote, schon mal sehr gut. Und jetzt werde ich schon mal nach unten leert. Ich kann mich natürlich fallen lassen, aber das würde wahrscheinlich meinen sofortigen Tod bedeuten. Denke ich einfach mal. Ich will es nicht behaupten, ich will jetzt keine Lügen aufstellen oder so, aber ich denke mal, das würde meinen sofortigen Tod bedeuten. Und jetzt wird das Schuss. Na, komm her. Gleiche nehmen und hineinwerfen, so. Ich weiß aber, anscheinend muss ich gar nicht gerufen. Oh, ich muss doch hier hoch. Mama. Ich muss halt hier hoch. Kann natürlich auch sein. Ah ja, ich sehe ihn schon. Da muss man natürlich sehen, dass man... Ich weiß nicht, dass ich nicht da habe. Ich komme. Was ist das? Oh, ich finde das cool. Ich hätte es viel früher schon weitermachen sollen. Ich muss dir deine Dacke mitbrechen. Jetzt deine Dacke nehme ich jetzt erstmal. Und du legst dich hier hin, so. Damit du dir jetzt keine Leute ausschreckst. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe hier auch keine Optionen oder so. So, mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Das bringt auf jeden Fall nichts. Wo muss ich denn hier langen? Oh, wahrscheinlich wie hier lang, ne? Äh, okay. Muss ich auch mal gucken. Oh, kann ich ja in der nächsten Boot rüber springen? Alles kaputt. Oh, mein Gott. Leider war ich nicht nah genug, sonst... Äh, dadurch... ... ... ... ...